Hallo und herzlich willkommen bei MemoryPC, deinem Kanal für Gaming, Hardware und mehr. Dir gefällt dieses Video? Dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Wie euch mit Sicherheit aufgefallen ist, gab es in den letzten Monaten einiges an Aktivität auf unseren Social Media Plattformen. Um das Ganze nochmal zu steigern, haben wir uns ein paar neue Formate für euch ausgedacht und die wollen wir euch heute vorstellen. Angefangen mit Show Us Your Room. Hier könnt ihr etwas gewinnen, indem ihr uns Bilder von eurem Gaming Setup schickt. Das nächste Format, was wir euch vorstellen, nennt sich UpgradeMyPC. Die Leistung deines PCs reicht nicht mehr aus, um die neuesten Spiele zu spielen. Dann helfen wir dir mit unseren Komponenten aus, dein PC wieder aufzuwerten. Des Weiteren werden wir in unserer Firma eine kleine Webshow für euch drehen. Dort nehmen wir euch mit und geben euch einen Blick hinter die Kulissen von MemoryPC. Ihr wolltet euer Können schon immer mal gegen einen Profi beweisen? Dann habt ihr bei Beat the Pro die Möglichkeit dazu. Hier lassen wir dich gegen erfahrene E-Sportler antreten und am Ende kannst du sogar noch was gewinnen. Im Checkup-Format schauen wir uns an, was die neueste Hardware in den angesagtesten Spielen so reißt. RepairMyPC ist ein Format, bei dem ihr eure defekten Systeme bei uns einschicken könnt und wir sie wieder mit neuen Komponenten fit machen. Selbstverständlich bieten wir euch auch ein Q&A-Format. In diesem Format schauen wir uns zusammen mit euch Kommentare auf unseren Social Media Plattformen an und beantworten diese. Das letzte Format, das wir euch vorstellen möchten, nennt sich One in a Month. Dieses Format kommt einmal im Monat. In diesem Format verlosen wir einmal im Monat ein komplettes PC-System für einen von euch. Anfangen tun wir mit diesem System hier und was da so drin steckt, das zeigen wir euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal. Sollten trotzdem noch offene Fragen bestehen, stell sie uns einfach unten in den Kommentaren. Und denk immer dran, wir lieben deinen PC.